Dieser neue Renault Colleus steht hier zum Verkauf. Die graue Limousine hat 5 Türen und bietet 5 Sitzplätze. Die Limousine verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Sitze, Alufelgen, Klima-Automatik, Dach-Railing, Schiebedach und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 177 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,6 0000000000005 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher.